Wir merken einfach nur, wir bewegen uns wirklich außerhalb mittlerweile des Randes des Wahnsinns. Das heißt, es ist nicht, dass wir an den Wahnsinn herankommen, sondern wir haben die Schwelle zum Wahnsinn längst überschritten. Und das ist das, was ich zurzeit sehe, gerade speziell in der westlichen Welt. Das kann ich am besten beurteilen, in der östlichen vielleicht auch, das kann ich nicht so beurteilen. Ich sehe einfach, dass wir von Wahnsinnigen und auch von Irren regiert werden. Das sind Irre, die mittlerweile ganz oben stehen. Das muss ich einfach mal so für mich festhalten, als meine persönliche Meinung, wenn du mich jetzt gleich wieder eindampfst. Du hast recht wahrscheinlich. Mir fällt es manchmal selber schwer, dass ich hier teilweise so auch aus dem Ruder laufe. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das tut mir auch leid. Ich sehe nur eines, dass die Regierungen genau diese Methoden anwenden, ständig aus dem Ruder zu laufen und ständig uns Dinge um die Ohren zu hauen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und damit einen großen Leumund haben und die gesamten demokratischen Gewalten bis hin zur Judikative hinter sich vereinen, inklusive der gesamten Journalisten. Und dann sehe ich eben halt wirkliche Wissenschaftler, die sauber argumentieren, aber nie gehört werden. Aus diesem Grunde ist manchmal ein schlichtes Entschuldigung-Abkotzen ganz wichtig. Angst produzieren, das ist das Entscheidende. Und damit den Leuten auch gleichzeitig sagen, wenn ihr gehorcht, dann passiert euch nichts. Dann werden wir dafür sorgen, dass ihr nicht sterben müsst. Das ist das klassische System, was dahinter steht. Wenn man das zu meiner Kindheit oder Jugend angewandt hätte, dann wäre ich auf keiner Veranstaltung gewesen und hätte auch nie eine Party besucht, weil gerade die Sommerpartys irgendwo bei richtig schönen, warmen Temperaturen, das war ja das Schöne. Und da waren auch schon mal 40 Grad an der Zahl. So was gibt es. Man setzt sich dann einfach in den Schatten und alles ist wunderbar. Ja, und Kommunen sollen ja sogar in die Lage versetzt werden, ihren öffentlichen Raum hitzeadäquat zu gestalten. Also indem man dann zum Beispiel Schattenplätze einplant, Flächen und Dächer begrünt, Trinkwasserspender aufstellt und so weiter. Also hier ist so eine Entmündigung des Bürgers, dem offenbar nicht zugetraut wird, dass er in der Lage ist, selbst dafür zu sorgen, wenn es zu warm wird, dass er dann einen Schatten aufsucht und dann vielleicht auch was trinkt. Deshalb sterben ja auch die Menschen alle, die in irgendwelchen warmen Ländern leben, die keine Sonnencreme haben. Deshalb werden die ja auch alle nur acht oder neun Jahre alt, weil sie dann verbrannt sind. Das ist ja alles so unglaublich. Jeder weiß, wie wichtig auch gerade die Vitaminzufuhr durch das Sonnenlicht ist. Und jetzt fängt man quasi an und haut da einen Sonnenschutzfaktor 50. Das entspricht fast einer Ritterrüstung, so ungefähr, die man sich darauf kleistert, auf die Haut, um möglichst nicht gesund zu werden. Man hat das Gefühl, es geht nicht nur darum, die Wirtschaft zu zerstören, sondern auch die Menschen immer kranker zu machen. Das sind eben halt die Statistiken, die man nicht selbst gefälscht hat. Da kann man nicht nachvollziehen, wie sie die Zahlen zustande bekommen haben. Also, wenn man die entsprechenden Zeitpunkte wählt, kann man natürlich auch irgendwo eine entsprechende Temperatur noch erhaschen. Notfalls in der Nähe eines startenden Flugzeugs mit zwei Triebwerken. Das hatten wir ja neulich gehabt. In England, glaube ich, da hatte man angeblich den heißesten Tag gemessen, der jemals gemessen wurde. Und das war direkt neben einer Startbahn, wo gerade ein Flugzeug gestartet ist, mit zwei brennenden Triebwerken, also strahlenden Triebwerken, die natürlich eine enorme Hitze ausstrahlen. So kann man natürlich auch etwas zusammenbasteln. Es ist einfach Hanebüchen, was man uns hier erzählt. Die Injektion, das ist ein Begriff, der muss sich auch bei uns richtig mehr oder weniger einmeißeln in den Kopf. Also, interessanterweise ist, wir haben ja diese Geschichte mit dem Klimawandel entwickelt vor etwas über 20 Jahren, schon ein bisschen länger. Nicht wir, sondern wir, die Menschheit, die führenden Köpfe in der Menschheit unter Elgor, um einen neuen Markt zu bereiten. Das Thema heißt menschengemachter Klimawandel. Dieser Klimawandel ist nicht nachweisbar. Ganz eindeutig nicht, aber er wird propagiert. Könnte sein, aber was nicht nachweisbar ist, ist erstmal nicht existent aus meiner Sicht. Jetzt kann man natürlich nicht wissenschaftlich beweisen, dass etwas nicht wahr ist oder nicht stimmt, aber man kann anhand von sauberen Zahlen erkennen, dass bestimmte Messungen gar nicht möglich sind, die man einfach zugrunde legt. Und dass man eben halt auch nicht messen kann, dass es wärmer geworden ist. Das ist einfach so. Jetzt aber kommt der menschengemachte Klimawandel. Man spricht von Injektionen, man spricht von einer Verdunklung der Sonne. Jetzt hat man die ganze Zeit diesen menschengemachten Klimawandel als Geschichte mehr oder weniger gebraucht, um dann einen menschengemachten Klimawandel tatsächlich umzusetzen. Denn das, was hier gerade besprochen wird, ist ein menschengemachter Klimawandel, die Sonne zu verdunkeln oder dann eben halt diese ganzen Dinge zu machen, die man dann vorhat. Das ist eigentlich der Irrsinn. Und jetzt frage ich mich, wo bleiben die Wissenschaftler, wo bleiben die wissenschaftlichen großen Illustrierten, die großen Journale, die darüber berichten müssten und vor allem, wo bleibt die große Presse, die doch auch wissenschaftliche Experten haben soll. Manchmal frage ich mich auch, ob hier einfach eine Agenda durchgesetzt wird. Es ist nur eine Frage, also bitte keine Behauptung, in Anlehnung der Johannes-Offenbarung in der Bibel, wo es für das jüngste Gericht unter anderem heißt, dass die Sonne ihren Glanz verliert und die Sterne vom Himmel fallen. Bei diesen Sternen denke ich natürlich an die Starlings von Elon Musk. Ja, und auch andere von diesen Satelliten, die ja auch immer wieder runterfallen. Wir kommen ja jetzt in die Situation, wo der Raummüll, den wir ja haben, draußen außerhalb der Atmosphäre oder ziemlich weit zumindest entfernt von der Erde, dass diese Dinger jetzt irgendwann wieder runterfallen. Und viele Lichterscheinungen nachts sind eben halt keine Sternschnuppen mehr wie früher, sondern schlichtweg verglühende Satelliten. Das ist die Situation. Dazu jetzt die Verdunklung der Sonne könnte natürlich mit der Bibel übereinstimmen. Es muss ja auch, Andreas, eine unendliche Hybris vorhanden sein bei diesen Menschen, die sich erdreisten, in das natürliche Schöpfungsgeschehen unserer Erde eingreifen zu wollen. Naja, wir dürfen eines nicht vergessen. Diese Personen, die an den Spitzen dieser großen Trust stehen, dieser Bill & Melinda Gates Foundations beispielsweise und so weiter, das sind ja normale Menschen aus Fleisch und Blut. Und wenn Sie sich genau vor dem Spiegel betrachten oder eben halt ganz normal Ihre menschlichen Bedürfnisse verrichten, wie jeder Mensch das auch machen muss, dann wird Ihnen klar, dass Sie eben halt doch nur ganz normale Menschen sind. Oder Herr Harari würde sagen Kohlenstoffhaufen. Und ich glaube, da wird es dann manchmal ein bisschen schwierig, denn dieses große Geld, diese gigantische Macht, steht im Widerspruch zu ihrer eigenen empfundenen Mickrigkeit, die sie über sich selbst haben. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld des unendlichen Reichtums und dieses unendlichen Machtgehabes und dieser kleinen Würstchenmentalität, die man in sich selbst fühlt, das ist ein zu großer Spagat und das führt dann irgendwann zu diesen komischen Verwerfungen. Ich möchte noch ganz kurz hier einen Nachtrag bringen, was der Herr Latif zu diesem Thema Sonne verdunkeln sagt. Das habe auch eine politische Dimension. Er sagt, es geht um eine längere Nutzung der fossilen Brennstoffe. Deswegen wird es von bestimmten Kreisen anvisiert. Und weiter, es spricht da wirklich Klartext, das Land, das diese Technologie in den Händen hält, kann sie zudem möglicherweise als Waffe einsetzen. Es könnte zum Beispiel andere Länder abdunkeln. So wäre das mit Sicherheit möglich. Die Frage ist, inwieweit das natürlich schon gedient ist, das kann ich nicht beurteilen, weil ich diesen wissenschaftlichen Stand dabei überhaupt nicht beurteilen kann. Die Frage ist, inwieweit das die Technologie in den Händen hält.